So, jetzt geht's hier aber weiter, Freunde. Ich hab keinerlei Plan, wo ich hin muss. Was haben wir denn da für eine Pfeife? Alter. Ich glaube, es hackt im Wald. Ich bin ganz blutig, jetzt hab ich da einen Glibber hier am Mantel, Alter. Das ist ja eklig. Was haben wir denn da? Was ist denn das? Kann man das ziehen? Oh ja, kann man. Oh, ne Leiter. Okay. Okay, cool. Da ich absolut keinen Plan hab, wo ich hin muss, ne? Gönn ich mir und guck mir alles an. Alter, bist du blöd? Bin ich mir! Gott! Er sagt, sterbt und dann schreit er. Alter, was ist denn mit dem los? Ich bin, wie ich aussehe, völlig bescheuert. Egal. Was ist das überhaupt für eine Welt, Alter? Warum? Warum tue ich mir das an? Ich verstehe es doch auch nicht. Kann man hier reingehen? Hallo? Tür? Nein. So. Ach guck mal, da vorne hat's. Ach ja, hier, warte. Oh, schicker Hut. Kann ich die nehmen? Nein? Verdammig. Was ist denn das hier? Hey! Meins, alles meins. Bist du tot? Oder stehst du jetzt auch und fällst mein Rücken? Oh, Schwein. Was mit euch? Angriff der Kisten. Was ist denn im Sarg? Nichts. Verdammt. Wie er aussieht. So, da hinten ist auch noch ein Gitter. Oder geh ich die Leiter da hoch? Ich weiß es nicht. Verdammt, der Mock da raus. Alter. Ich hör doch was. Ich will jetzt nicht mehr. Ich höre schon nicht mehr. Ich hab schon keinen Bock mehr. Hallo, ist da einer? Das klingt groß. Kann ich so ein Tor wieder zumachen? Kann ich da irgendwas sehen? Wer ist denn da? Ich will da nicht rein. Ich hab Angst. Oh, von einem Gerät geschlossen. Haha, ich kann nicht rein. Da freut er sich, dass die Tür nicht aufgeht. Weißt du? Was stimmt denn nicht mit dem? Oh, hier ist auch eine Tür. Ach, guck mal da. Kann ich dich sehen? Ich glaube, ich sollte da nicht sein. Nein. Man sieht... Freunde. Ich sollte da nicht... Ich sollte da nicht sein. Ich geh jetzt die Leiter auf. Hör doch mal auf, wenn man am Schuh zu hängen wie so ein Stück. Ich hab noch nichts auf der Schnellleiste. Nein. Leute. Das ist natürlich irgendwo Leuchtfeuer. Ich meine... Was kriege ich denn hier noch so ein Wut? Respawn-Punkte. Ah. Wer hustet denn hier? Kinders. Das klingt nicht gesund. Okay, dann geh ich mal hier rein. Hey. Okay. Dann mach ich mal die Tür auf. Dann mach ich diese Tür nicht auf, sondern geh hier rum. Warte mal. Leichter Angriff. Schwerer Angriff. Ich geh grad die Tasten durch. Und das hier? Hiermit soll ich schießen können, aber ich will jetzt nicht schießen. nachher vergräutige Munition. Wofür auch immer man den gebrauchen kann. Wahrscheinlich zur Ablenkung. Ah. Elend. Wer ist hier? Warte, du hast mich angegriffen, du Pfeife. Oje, oje, oje. Ich weiß, wo nicht glatt ist, kann man schneller gehen, aber trotzdem will ich da... Ja. Sorry, ist ein bisschen mit mir durchgegangen. Gefeck du, Gerät Typ. Was ist denn da für ne Karawane der Trostlosen? The Walking Dead. Was? Okay, da stopft der Riesentyp um. Da habe ich jetzt auch gar keinen Bock drauf. Das sind ganz schön viele. Taugt das was? Macht das mehr Sinn? Mehr Schwung, mehr Gegner? Okay, das ist auch nicht gesund hier. Alter, was ein Brocken. Ich habe jetzt schon keinen Bock gegen den zu kämpfen. Aber da komme ich von hier zum Glück nicht ran. Aber wir entriegeln erstmal die Tür. Das macht natürlich Sinn. So. Was sind die denn? Karawane, die. Karawane, die Schmocklappen. Hat da was geleuchtet? Ne. Da leuchtet doch was. Ich höre schon wieder ein Geräusch. Wieso steht die Lampe hier? Bringt eure Toten raus. Bringt eure Toten raus. Oh, hallo. Wieso habe ich vier Molotow-Cocktails? Nächste, wusste ich doch. Oh, das wäre die Karawane der Trose. Sag mal, kann ich hier irgendwie speichern? Nein. Warum kann ich hier nicht speichern? Ernsthaft? Was ist denn hier drin schon wieder los? Klopfen. Ernsthaft? Da kommt so eine Geräuschkulisse raus und ich klopfe erstmal. Ne, ich bin der andere. Tut mir leid, aber ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Verschwindet von hier. Seid ihr dieser Fremde? Tja, tut mir leid, aber ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Ach ja. Verschwindet von hier. Ja, stell dich doch nicht so an, Mann. So. Wo ist denn die Karawane hin? Aber kommt sie schon wieder. Bitte, Tag! Okay, jetzt kommt er. Ihr verseucht der Ratte! Da ist doch noch einer. Da ist doch noch einer. Was ist denn da vor? Mann, ich glaube, ich werfe mal eine Bombe auf dich. Ich muss das ja mal ausprobieren. Alter. Irgendwie funktioniert das denn hier. Ich kann nicht... L3, richtig? L3. Ich bin jetzt echt gestorben bei diesem komischen Brettfresse. Ernsthaft? Echt jetzt? Ich glaube, es hackt im Wald. Ich bin jetzt. Das war nicht so geplant, wie es im Endeffekt passiert ist. Ihr Monster! Schau! und derädt Sorry, generier dich jetzt. Arschgeige. So, wo ist mein ganzer Scheiß? Da vorne. Echt, jetzt mal. So, war ich hier schon? Ja, hier war ich schon, ne? Genau, hier habe ich geklopft. Da will ja keiner was mit mir zu tun haben. Gehe ich dir nochmal auf den Sack? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Nee. Elender Fremder. Niemand öffnet in einer Nacht, er jagt seine Tür. Verschwindet. Sofort. Ach, Kina, das stellt euch doch nicht so an. Ich habe keine Molle. Uah! Alter! Bitter Mann, euer Himmel! Verkackt! Verkackter Arschklumpen, ey! Was ist das denn gewesen? Verkackter Arschklumpen, ey! Ich habe voll, voll gebennt. Alter! Alter, bin ich schlecht. Alter, bist du... Was kannst du überhaupt? Was? 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 Keine Molle-Top-Cocktails. Jetzt muss ich dieses Gesocks so erledigen. Okay. Markierend war L3, ne? Nein, es ist L... Es ist R3. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ihr kleinen Kackolüten. Wieso nehme ich eigentlich nicht die Abkürzung? Eilig? Keine Ahnung. Wie viel Munition haben wir noch? Sechs Patronen. So, jetzt reicht's. Jetzt gibt's hier dick auf die Fresse, Freunde. Ey, ich bin doch nicht tausendmal hier jetzt bei den gleichen Gegnern. Was soll denn der Krampf? Und meine ganzen... Blutgedöns ist weg. Verdammt, ich noch eins. Alter, wie wär's, wenn du mal das Kreis drückst. Das Kreis. Verdammt, ich noch zwölf Dreidrittel, ey. Alter. Wo, wie viele... Wieso hab ich keine Lebensenergie? Achso, weil ich mich heilen muss. Ja, ne, die hol ich mir von den Gegnern zurück. Los. Wo seid ihr denn? Torch, dann gehen wir von den Weg. Weg weg! Weg! das war richtig dumm weißt du das war dumm wir sind uns an 2020 wieder wenn das hier zum endboss kommt jetzt muss ich wieder hier rum ach nee ich könnte die leiter runter und dann ist das vor naja scheiße verdammt ich noch zwölf und einen halben scheiße ich bin ja zweimal gestorben ne kacke ja Was ist das? Leute, ich bin so schlecht. Ja, man, Leand, ne? Na, sieh mal, wen haben wir denn da? Alter, hab ich mich ja zerschrocken. Hab ich mich jetzt verjagt. Man merkt sofort, ne? Wenn ich hochkonzentriert bin, drin, drin Bratwurst, dann sag ich nix mehr. Dann bin ich so völlig drin versunken. Alter Vatter, ey. Oh, wie viele sind das? Ey, wollt ihr mich verraschen, oder wat? Alter. Einen einzigen, muss ich mir sparen. Ja, okay. Ich dachte, da käme einer hier die Treppe rauf und wollte mir den Rücken stecken. Hüpf, ich komm nicht dran. Wo ist der Mechanismus? Alter, ich will da auch gar nicht rein. Wenn ich mir das so anhöre... Ach, da kann man ja gar nicht lang. Haha, okay. Ich will da auch gar nicht... Ich will da auch gar nicht... Ich hab Angst. Na, ihr Pfeifen? Drei noch. Drei noch. Ach, ich will nicht schon wieder drauf gehen. Da hab ich keinen Bock drauf. Ne, aber ich finde irgendwie diese Riesenachse, die ist mir zu... Ne, machen wir lieber die kleine. Versuchen wir es einfach mal, ne? Hallo, Freunde. Alter, ist das euer Ernst? Wo kommt ihr denn plötzlich alle her? Alter, ich hatte dich fast, du kleiner Scheißsack. Brennt, brennt. Wo kamen die denn plötzlich alle her? Ah! Nein! F organizegen ist mit mir. Ah! Ah! killing wendig!